Die Stadt hat mit der Erweiterung der Regenbogengrundschule und der Sanierung des Erlebnisbades zwei riesige Investitionen zu stemmen. Allein für das Jahr 2024 waren Kredite von gut 7 Millionen Euro vorgesehen. Im Rathaus wurde jetzt der Rotstift bei geplanten Baumaßnahmen angesetzt. In der ersten Runde standen noch 108 verschiedene Maßnahmen im Haushalt. Von denen wurden gut 20 verschoben, um die Kreditaufnahme zu begrenzen. Damit hat sich die geplante Kreditaufnahme auf 2,5 Millionen Euro verringert.